Was geht ab, Leute? Jetzt finden wir uns mal ein neues Video. Heute spielen wir wieder Eichhörnchen zum Rollator. Ich weiß nicht wieso. Let's go. Ist das gleiche gespeichert? Okay. Wir brauchen goldene Acorns. Acorns ist normal. Lecker! Da! Oh! Yay! Oh mein Gott, was soll das? Goldene Acorns! Yeah! Nein! Nicht essen! Nicht essen bitte nicht! Oh mein Gott! Go, go Power Rangers! Ein Stock! Oh nein! Schon wieder essen! Yay! Wo sind wir zu Hause? Skills! Was. Oh mein Gott! Was hab ich mal gesagt? Wenn ja ne unsichtbare Wand ist, dann sterbe ich. Ich zöne die Maus. Hm. Sterben. Stirb. 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 Ich komm die Maus. Töte uns schon wieder! Oder? Ne, wir haben es geschafft! ist es mache ich so ist das überhaupt lecker hälschung schaffen sogar oder schaffen das war's für diese folge von eichhörnchen simulator also es ging nicht wirklich viel zu tun in eichhörnchen simulator ich glaube ich jetzt weiterspielen weil wir haben das möchte machen dass wir sie haben wir einfach nur wiederholen wir haben ja schon dreimal das geholt also werden wir jetzt das ist jetzt die letzte vorgleichen simulator ich war kurz aber es war lustig tschüss bis zum nächsten mal